Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute ein weiteres Video aus der Top 5 Tabaksorten von Hersteller XY. Heute mit meinen 5 Lieblings-Must-Have-Sorten. So, willkommen zurück. Bevor wir uns um die Top 5 kümmern, habe ich noch einen Kopfball gefilmt, wie ich jetzt genau mein Köpfchen Must-Have gerade gebaut habe und mit was ich den gebaut habe. Aber vor allem gebe ich euch auch noch mal eine kurze Übersicht, welche Köpfe ich gut finde für Must-Have und warum ich genau diese Köpfe gut finde für Must-Have. So, als erstes würde ich sagen, bauen wir uns aber auch mal einen Kopf. Nicht nur über Must-Have reden, sondern auch Must-Have rauchen. Bei mir wird es diese Kombination hier geben. Einmal den Strollich und einmal den Lime. Aber vorher noch kurz Talk zum Setup. Ich habe hier ein paar Köpfe vorbereitet, die ich besonders für Must-Have-Setups empfehlen kann. Das ist einmal hier der ATH Traverten. Colour-Way-Name weiß ich jetzt gerade nicht, aber ist diese wunderschöne Türkise Farbe. Depot ist relativ klein und sparsam. So mag ich das bei Must-Have. Must-Have kostet ja nun mal doch nicht super wenig Geld. Da seht ihr es 21,90 Euro plus. Man bekommt ihn auch nicht immer. Das heißt, ich gehe gerne sehr sparsam mit meinem Must-Have um. Deswegen keine riesigen Köpfe, auch wenn die natürlich auch gute Ergebnisse bringen würden. Ich finde, man kann auch gute Ergebnisse mit etwas kleineren Depots erzielen. Gerade bei Must-Have, weil der eh relativ fein geschnitten ist und so, würde das einfach extrem wehtun, wenn man dann zum Beispiel hier so einen Alpaka-Huakaya oder sowas voll macht. Wenn man den voll schaufelt mit Must-Have, würde ich gar nicht wissen, was euch Einkopf kostet und wie schnell ihr euren ganzen Must-Have weggeraucht habt. Deswegen ATH Traverten, sehr, sehr nice Alternative. Dann auch noch ein sehr geiler Kopf für Must-Have. ist hier der Mahala Invoke V2. Ihr seht hier, Depot ist relativ breit, aber angenehm flach. Übrigens, auf all diese Köpfe passt natürlich der Callout Lotus, der hier neben dran liegt. Der Mahala Invoke V2, auch ein sehr nicer Kopf, um damit Must-Have zu rauchen. Die teuerste Empfehlung auf meiner Liste, aber der Kopf, mit dem ich im Moment mit Abstand am meisten rauche, das ist hier die Stone Hooker Bowl Fastball in dem Brown-Colorway. Trotzdem so blaue Punkte drauf. Ist nicht der schönste Colorway tatsächlich, aber der Kopf ist halt hervorragend. Gut, kostet allerdings 90 Euro. Kann man eigentlich nicht mit gutem Gewissen empfehlen, auch wenn es ein super, super, super geiler Kopf ist. So ein Hooker-In Lit-Lip, der da als nächstes auf unserer Liste steht, der kostet halt 22,50 Euro im Vergleich zu 90 Euro bei dem Stone Hooker. Und der erreicht auch 90% der Ergebnisse vom Stone Hooker, würde ich sagen. Also der Mehrpreis ist das auf jeden Fall nicht gerecht, aber trotzdem ein Kopf, in dem ich sehr, sehr gerne Must-Have rauche und deswegen mit auf unserer Liste. Aber der Hooker in Lit-Lip im Moment fast immer meine Nummer 1 war, wenn ich Must-Have rauche. Das Depot ist ein bisschen kleiner als beim Oblaco M, was aber gerade für Must-Have, weil der so grob geschnitten ist, gar nicht verkehrt ist. Ihr könnt trotzdem locker, easy, einen Satz Kohlen angenehm damit verrauchen. Also wunderbar, der Kopf kostet nicht viel, man kriegt ihn im Moment trotzdem fast immer. Also super, super, super Kopf, auch für Must-Have eben extrem nice, weil etwas kleineres Depot, aber da Must-Have so fein ist, muss trotzdem ein bisschen was rein und das hält auch angenehm lang für einen Satz Kohle. Ja, und ich würde sagen, genau in dem bauen wir jetzt auch einfach mal direkt ein Köpfchen Must-Have. Wie gesagt, bei mir gibt es jetzt den Lime und den Strollich. So, fangen wir mal an. Wie immer, Schritt 1, also erstmal Schnitt und Feuchtigkeit von Must-Have. Also es ist auf jeden Fall ein sehr feiner Schnitt, sehr, sehr feucht. Es wird auch nochmal feuchter, wenn ich das Ganze jetzt umgerührt habe. Aber so sieht Must-Have aus. Must-Have ist ein Burley Blend aus sieben verschiedenen Burley Sorten, die aus verschiedenen Ländern der Welt kommen. Ein Blend sorgt dafür, also überhaupt, was ist ein Blend? Ein Blend ist sozusagen ein Verschnitt. Das heißt, ihr schmeißt sieben verschiedene Burley Sorten in eine riesen Tonne, mischt die ordentlich durch und dann habt ihr einen Burley Blend. Das dann eben noch mit den Must-Have Aromen und dann kommt dieser Tabak hier raus. Again, es ist Burley. Burley ist etwas nikotinlastiger. Er ist etwas weniger ausgewaschen als viele andere Tabaksorten und hat dadurch mehr Nikotin. Mehr Nikotin an sich wäre kein Problem. Wenn ihr Angst habt, dann fangt erstmal an, macht ungefähr so viel Must-Have in euren Kopf und füllt den Rest mit Virginia auf. Wenn ihr dann schon merkt, okay, das knallt mir zu krass, dann nehmt ihr beim nächsten Mal nur die Hälfte an Must-Have und dann könnt ihr euch langsam rantasten, wie viel Darkling ihr in dem Kopf wirklich aushaltet. Ja, also das klingt jetzt immer relativ mies, aber wenn man das mit Virginia mischt, dann ist das halb so wild. Also dann kann man das schon mal machen. Einen puren Kopf Must-Have für jemanden, der sehr wenig raucht, das kann schon sportlich sein, würde ich sagen. Das war jetzt fast schon zu viel. Einfach reingeschaufelt, während man das Video macht. Das sollte schon reichen, weil Must-Have gehe ich tatsächlich her und drücke den nochmal ein kleines bisschen an. Also auch mehr, als ich das jetzt bei einem fluffigen Virginia Setup machen würde. Ich drücke da wirklich ein kleines bisschen drauf. Ich finde, wenn man Must-Have kompakter baut, dann ist der auch deutlich angenehm mehr zu rauchen. Deswegen wäre mein Tipp am Anfang auf jeden Fall etwas kompakter zu bauen, als man das normal bei einem Virginia Tabak machen würde. Das heißt, ich drücke den hier wirklich ein kleines bisschen an. Ich gucke, dass nichts auf dem Rand liegt und dann habe ich so auf jeden Fall ein gutes Noppen-Kontakt-Setup. Und das reicht jetzt schon von dem Leime. Und dann machen wir noch ein bisschen was von dem Straw Litch rein. Straw Litch, also Leime, ist glaube ich selbst erklärend. Leime, Leim, Limette. Aber wir haben dann hier noch den Straw Litch. Das ist eine Mischung aus Strawberry, also Erdbeere und Lychee. Auch sehr, sehr nice. Beide von den Sorten könntet ihr euch ja jetzt an der Stelle schon denken, die werden vermutlich in meiner Top 5 sein. Aber in welcher Reihenfolge und was auf den anderen drei Plätzen ist, das erfahren wir dann gleich im Video. Aber wenn wir einen Top 5 Must-Have machen, dann müssen wir natürlich auch ein Must-Have rauchen. Das versteht sich, glaube ich, von ganz alleine. So, auch den Straw Litch haben wir drin. Den verteilen wir auch wieder ganz, ganz knapp unter den Rand, sodass wir auf ein Noppen-Kontakt-Setup kommen. Finde ich einfach am angenehmsten. Vor allem, wenn ihr jetzt mit Must-Have anfangt oder so. Guckt wirklich, dass ihr den kleinen, das bisschen kompakter als sonst baut. Guckt, dass ihr den ganz knapp unter den Rand baut, sodass die Noppen da noch ein bisschen Kontakt zu dem Tabak haben. Ich will kein Abstand-Setup. Das finde ich auch irgendwie wieder unangenehm. Dann braucht man wieder noch mehr Hitze und so. Aber so würde ich das Ganze bauen. Wie gesagt, leicht angedrückt. Gucken, dass nichts auf den Rand legt. Da gehen wir gleich nochmal mit dem Zeba oder sowas drum. Und dann passt das Ganze. Und so würde ich das schon rauchen. So würde ich das lassen. Wir können ja mal den Test machen. Wenn ich jetzt hier den Kalout reindrücke, sehen wir auf jeden Fall, dass hier an den Noppen ein bisschen Molasse hängt und teilweise auch ein bisschen Tabak hängt. Dann wissen wir, wenn hier an den ganzen Flächen nichts ist. Ja, da ist keine Molasse dran. Okay, da bin ich einmal an so eine Noppe gekommen. Wenn an den ganzen Flächen nichts ist, aber wie hier an der Noppe eben so ein bisschen Tabak hängt, so wie hier, da war auch ein bisschen Tabak. Dann wissen wir, das ist ein gutes Noppenkontakt. Dann gehen wir noch einmal mit den Fingern jetzt. Ich habe gerade kein Zeba hier. Gehen wir noch einmal über den Rand, damit da kein einzelnes Tabakblatt hängt, das dann hier zwischen hängt und elendig verbrennt. Und so packen wir dann unseren Kalout drauf. Ich merke auch schon, dass die Noppenkontakt haben. Und dann kommen wir zum schönsten Part, und zwar zum Rauchen. Ja, also Kopfauswahl habt ihr gesehen. Kopfbauer habt ihr auch gesehen. Schnitt, Feuchtigkeit und Preis kennen wir jetzt auch schon vom Must-Have. Wir haben auch schon erfahren, dass es manchmal ein bisschen schwierig sein kann, an den Must-Have zu kommen. Da müsst ihr einfach mal googeln. Übrigens, ich habe die ganze Zeit mit drei Kohlen angeraucht und dann eben die dritte runter. Aber Must-Have dauert es relativ lange, bis ich die dritte runternehme. Das mache ich erst, wenn der Kopf komplett an ist. Außerdem, Must-Have kann ein klein bisschen zickig sein, solange er noch nicht auf seiner perfekten Temperatur ist. Ich finde, man braucht bei Must-Have manchmal ein bisschen mehr Hitze als bei vergleichbaren Virginia-Sorten oder anderem Dark Blend. Manchmal muss man da noch so ein bisschen mehr rauskitzeln, aber sobald er dann auf seiner Temperatur ist, sollte er mit diesem Kopfbau, den ich euch eben gezeigt habe, wunderbar laufen. Jetzt aber die Top 5. Platz Nummer 5 in meiner Liste ist eine von den zwei Tabak-Sorten, die wir hier gerade schon gebaut haben. Und zwar ist es auch eine Sorte von den neuen Sorten von Must-Have, die vor kurzem erst rausgekommen sind. Das ist der Straw Litch. Eine Mischung aus reifen Erdbeeren, gepaart mit einer fruchtigen, exotischen Lychee-Note. Genau das ist der Tabak auch. Der schmeckt nach Erdbeeren und nach Lychee. Ich finde, man kann beide Komponenten nicht super krass rausschmecken, aber das Gesamtbild ist trotzdem super, super lecker von dem Tabak. Und vor allem in Mischung mit anderen Must-Have-Sorten war der bei mir jetzt schon sehr, sehr oft am Start. Platz Nummer 4 ist der Must-Have Raspi. Ein Raspberry, also Himbeeren-Tabak, der aber mehr so in die Richtung von so einem Himbeersirup oder einer Himbeermarmelade geht. Er ist relativ süß, aber hat auch eine krasse Säurenote von den Himbeeren, was sich dann irgendwie super gut auspegelt und mega gut zusammenpasst und mir extrem gut gefällt. Pur habe ich den Raspi aber auch relativ selten gebaut. Generell bei Must-Have muss ich sagen, mische ich eigentlich immer mehrere Must-Have-Sorten untereinander. Manchmal auch mit Virginia-Sorten. Aber der Raspi auch super oft bei mir in Mischung dabei und deswegen auf Platz 4. Platz Nummer 3. Ein weiterer Tabak, den ich eigentlich fast nur zum Mischen benutze und super, super selten pur rauche, aber in den Mischungen auch einfach nicht vermissen will. Es ist der Pineapple von Must-Have. Soll erinnern an eine Dosen-Ananas. Also diese künstliche, sehr süße Ananas-Note. Ich finde die gar nicht so übertrieben künstlich, wie Dosen-Ananas tatsächlich ist. Ist aber auch kein super natürlicher Ananas-Tabak. Ist irgendwo so die Mitte aus beidem. Aber unglaublich leckerer Ananas-Flavor. Und gerade in der Mischung mit zum Beispiel dem Raspi von eben, gerade die Säurenote von den Himbeeren hat, aber auch so ein bisschen die süße Note von der Marmelade. Dann das gepaart mit dieser sehr süßen, sehr nice Ananas-Note. Einfach eine hervorragende Mischung. Auf dem nächsten Platz und auf dem zweiten Platz schon haben wir den Pinkman. Eine Mischung aus einem Grapefruit-Tabak gepaart mit Erdbeere und Himbeere. Bei Grapefruit denke ich eigentlich immer zuerst an einen sehr sauren Tabak. Der Pinkman ist aber bei weitem nicht sauer. Pinkman ist eine der am süßesten Tabak-Sorten, die ich kenne. Und für mich persönlich pur auch einfach viel zu süß. Also auch der fast immer gemischt. Aber mit dem Raspi zusammen zum Beispiel oder mit dem Lime zusammen eine unglaublich nice Sorte. Vom Geschmack her einfach brutal nice getroffen. Aber fürs Pur-Rauchen mir persönlich ein bisschen zu süß. Viele Freunde von mir rauchen den aber auch sehr, sehr gerne pur. Wie gesagt, für mich ein klein bisschen zu süß, um ihn pur zu rauchen. Aber auch der in Kombination mit vielen anderen Must-Have-Sorten einfach super nice. Platz Nummer 1. Und die meisten werden es sich wahrscheinlich schon denken können. Weil er A. hier steht und B. auch gerade in diesem Kopf gebaut wurde. Und C. super oft bei mir in den Instagram-Stories, in Livestreams und Co. zum Einsatz kommt. Der Lime bzw. der Lime bzw. der Zitronen- und Limetten-Mix von Must-Have. Einfach ein unglaublich geiler Tabak. Und auch eine der wenigen Sorten von Must-Have, die ich pur sehr, sehr geil finde. Also viele von den Must-Have-Sorten mische ich gerne. Aber den Lime, da kann ich mir auch sehr gerne mal ein pures Köpfchen von gönnen. Ist mit Abstand der Must-Have-Tabak, den ich am meisten geraucht habe. Den ich am häufigsten nachkaufen musste. Und deswegen ein verdienter Platz 1. Leute, wenn euch mein Top 5 Video zu Must-Have gefallen hat, lasst mir gerne eure Top 5 von Must-Have unten in den Kommentaren da. Schreibt mir gerne, zu welchen Tabakmarken ich dieses Format als nächstes machen soll. Und wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.